Jeden Monat startet unsere Expedition. Bist du bereit? Fantastische Welten Und unglaubliche Begegnungen Du und ich zusammen, das wär schön. One Piece Gold, der Junge und das Biest Und die Deutschlandpremieren Goblin Slayer, Goblin's Crown, Bunny Girl Senpai Und die Made in Abyss Trilogie Reise mit uns durch den Oktober und sie selbst Na los meine Freunde, worauf wartet ihr noch? Deine Anime Night Immer freitags ab 20.15 Uhr auf ProSiebenMax